Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft und es regnet immer noch seit gestern, ach Leute, naja, das ist ja immer noch die gleiche Aufnahme, aber hey, was soll's, wir haben unseren Regenmantel an, ii, da ist sogar hier, äh, da wird sogar hier der Boden nass, äh, ich muss da zu, ich muss da echt schnell zumachen, okay, ähm, was haben wir denn sinnvolles im Inventar, wir haben recht viel Sand, den ich ja hier für mein, äh, schönes Ding brauche, wir haben ja ein Ei, gutes Ei, das, äh, packe ich mal in die Küche, in den Kühlschrank, hier in die Kühltruhe, da wo die Eier nun mal hinkommen, so, dann die Fackeln würde ich auch wieder aufräumen, beziehungsweise, ne, die lasse ich mal im Inventar, aber die nehme ich hier raus, so, die Schere lasse ich hier drin, bei den Werkzeugen, die weiße Wolle kommt auch hier mal rein, da haben wir ja eine weiße Wolle, haben wir ja, dann könnten wir die Wolle einfärben und mit der Wolle und Sticks ein schönes, formschönes Bild kreieren, naja, das machen wir dann auch noch, so, ein Sauwetter, alter Schwede, ist das aber eine geile Grafik, So, mach ich hier schon Sand? Wär das was? Oder mach ich hier noch Kies? Ah, wobei, Sand ist, glaube ich, ganz cool schon. So, dann ist nur die Frage, wie mache ich das dann hier? Hm, Nee, weißt du was? Da machen wir es anders. Ich mach hier den Sand rein. Oh. Hier noch ein bisschen mehr von dem Sand. Einen richtig schönen Strand. Haben wir ja extra, ähm, viel Sand geholt. Dann können wir den da auch hinlegen. Oh, da haben wir noch mehr. Mehr Sand. Wunderbar. Ganz schön nervig, dass das hier jetzt so regnet. An meinem Privatstrand. Uh, eins zu viel. So, ich mach mal hier ein bisschen Aufschüttung mit Sand. Huch. Ah, das war zu viel. Ich kann Musik hören, aber ich hör sie nur sehr leise. Das liegt aber wahrscheinlich am Regen. So, ich würde mal mir hier die Erde holen. Ach so. So. Und diese Erde mal dann in Sand verwandeln. Wie ein Tintenfisch gesellt sich zu mir. Der will wohl hier draußen schwimmen, weil es hier so schön nass ist. Weil es hier so krass regnet. Aber ich feiere das schon ziemlich hart, dass diese Blöcke jetzt alle so glänzend, so nass sind. Also die Grafik ist schon mit dem Shader Pack und dem Texturen Pack in der Kombination schon sehr geil. Der Seuss Shader und boah, ich weiß gar nicht, welches Texturen Paket das ist. Wenn es euch wirklich sehr brennend interessiert, kann ich es ja mal raussuchen. Ihr schreibt es einfach mal in die Kommentare. Was ist, wenn ich jetzt hier? Ach, das läuft dann hier wahrscheinlich durch. Hä, warum läuft das hier durch? Das ist doch Kies hier. Gut, dann machen wir hier trotzdem mal dicht. So. Mal hier mal meinen Strand schön dicht. Eigentlich sollte da kein Wasser mehr sein. Und ich habe auch leider keinen Sand mehr. Naja, macht nix. Da gehe ich mal nochmal zu meinem Sandraub. Hier habe ich ja angefangen zu baggern. Mich würde mal interessieren, was da drunter ist. deswegen würde ich hier mal weiter sanden. Sandrauben. Vielleicht geht es da ja irgendwo cooles hin. Deswegen hole ich hier einfach mal weiter Sand aus dem Berg. Oh, ich glaube, es wird Nacht. Jetzt hat es die ganze Zeit durchgeregnet. Oh, ja klar. Und wie es jetzt Nacht wird. Oh mein Gott. ja, ich brauche mal eine Fackel. Warum habe ich hier so Löwenzahn? Weg damit. Und irgendwelche komischen weiß der Geier was. So, jetzt ist natürlich die Frage. Okay, hier. Hier könnte ich wieder rauskommen. Ab. So, es regnet immer noch in Strömen. Ziemlich ekelhaftes Wetter. Ist das hier? Das ist Sand. Wir haben wieder 50 Sand. Hä? Ich habe doch jetzt gerade nicht 50 Sand abgebaut. Kannst du mir nicht erzählen. Da war bestimmt noch was übrig, das ich nicht gesehen habe. Hört das auch mal wieder auf mit Regnen? Das drängt sich mir hier gerade so als Frage in den Raum. Ich wäre mal so frei und würde mal hier eine Fackel setzen. Oder auch mal zwei. Nur noch ein bisschen Kies. So, und dann hier kommt Sand rein und da auch und hier und da und hier und da und da noch ein bisschen und hier und da sowieso und überhaupt und hier sieht das mir aus wie ein Zugang irgendwo hin. Ist mir jetzt aber egal. Wird zugebaut. Soll ja schließlich ein schöner Sandstrand werden. Ich sehe leider gar nichts mehr hier. Ah, weil die Fackeln so weit wegstehen. Ach komm, weißt du was? Ich gehe schlafen. Das Wetter nervt und der Regen nervt. Also, das Wetter ist der Regen, aber das Wetter und die Dunkelheit nervt. So, gute Nacht. vielleicht ist es ja morgen schöneres Wetter. Ja, nein, weit gefehlt. Moment, doch, es hat aufgehört. es hat aufgehört mit Regnen. Es ist noch alles klatschnass, aber hey, egal. So, Schaufel. Hier gibt es noch ein bisschen was wegzuschaufeln. An meinem Sandstrand. Sand. Sag bloß, ich habe keinen Sand mehr. Tatsächlich, schon wieder keinen Sand mehr. Und diese blöden Kackblumen ständig. Hier ist auch noch Sand. Na gut, den Sand, den nehme ich mit. Der soll ja nicht schaden. Ähm, ja, äh, nicht Sand, Erde. Erde war das natürlich. So, das gibt dann hier tatsächlich einen schönen, voluminösen Sandstrand. Das gefällt mir sehr gut. Ich würde mal diese blöden Blumen hier entsorgen. Da haben wir ja jetzt sandtechnisch alles weggegraben. So, ich habe ja aber hier drüben noch eine Sandbank und noch ein Schaf. Hallo Schaf. Danke. Noch mehr Schafe. Sehr schön. Halt, bleib mal hier. Danke. Wolle ist gut. Wolle ist schön. Aus Wolle kann man bestimmt tolle Sachen machen. Hallo, Höhle. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Oh, Eisen. Gut, aber nicht jetzt. Sehr schön. Markieren. Und da ist eine Höhle. So, hier, da und hier. Oh, zwei Höhlen. Sehr schön. Beziehungsweise eine Höhle, die aber halt ja, reicht, weitreichend ist. Gut, Schafe. Schafe. Hallo Schafe. Da gibt es noch Schafe, hier gibt es noch Sand. Und da ist ein braunes Schaf. Hier hinten gibt es Berge. Okay, so langsam merke ich schon, äh, gibt es hier echt noch sehr viel zu erleben. Wo war denn jetzt? Ich habe doch hier, wo habe ich denn den Sand abgebaut? Ich will jetzt nicht so weit laufen. so, hier. Nehme ich mir mal hier den Sand mit. Wenn ich hier die Natur ein bisschen verunstalte, das stört mich nicht weiter. Huch, wo kam das denn her? Da ist Sand nachgerutscht. von der Seite vor allem. Sand macht so was. Sand ist manchmal komisch. Ein komischer Zeitgenosse, dieser Sand. so. Machen wir mal so. Dann blubber das hier rum. Macht nichts, können wir alles trotzdem einsammeln. Ganz schön viel Dinger hier. Oh. Ganz schön viel, wie nennt sich das? Ja. Schmeiß doch weg das Ding. Äh. Na? Flut. Nein, äh. Äh. Hä? Wie nennt sich das, wenn, wenn ein Fluss reißend ist? Ähm. Heißt das nicht Flut? Nein, das heißt nicht Flut, das heißt irgendwie anders. Ganz schön viel Strömung. Strömung wollte ich natürlich wissen. Warum bin ich hier auf dem Meeresboden? Okay, ich muss hier, ich muss hier raus. Das ist irgendwie gruselig. Ich will hier nicht untergehen. Und ich hab 64 und 41 und 5. Okay, ich hab sehr viel Sand. Na gut, so viel ist es jetzt auch nicht, aber ich nehm mir hier noch ein bisschen was mit. so, da können wir unseren schönen Strand, können wir da richtig fein ausbauen. Das ist hier eh so eine ziemlich zerklüftete Landschaft. Ich glaube, ich werde hier noch sehr viel Terraforming betreiben müssen. Auch das hier, was, was? Oh, da ist, oh, da ist ja hier. Warum ist das denn da? Einfach mal Eisen. Einfach mal Eisen drin. Weißt du was? da kommt Erde rein. Pool, schön und gut, aber nur der von mir angelegte ist richtig gut. Oh, da ist Kies. Kies könnte ich noch gebrauchen. Und hier ist auch Kies. Den Kies, den würde ich dann gleich mal mitnehmen. Ja, jetzt blubbert hier wieder das Wasser rein, ist ja klar. Ah, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ich weiß, da drunter ist noch Kies. Deswegen mache ich hier mal das Wasser weg. So. Plump, 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 plump. und dann kann ich mir hier den Kies noch holen und dafür das schönen Sand reinfüllen. Da drunter kommt Stein zum Vorschein. jetzt haue ich mir hier natürlich auch meinen Sand wieder weg, das ist klar. Aber den kann ich ja dann wieder reinstopfen, den kriege ich ja ins Inventar. ganz schön viel ganz schön viel Kies. Oh, oh. Wasser kommt, Hilfe. Okay, ich muss hier mal schnell mit Erde zumachen. hoch. So. Wie viel, wie viel Kies habe ich denn jetzt am Start? Äh, 64er und, und noch ein bisschen was extra gut. So, dann machen wir nämlich hier wieder zu. Äh, keine Erde mehr? Doch. noch. So, und das da hole ich mir auch noch. Flump. So. Alles schön wieder zubauen. Man mag ja nicht hier, äh, ertrinken. Oh. Ähm, gut. Ach ne, falsch. Kommt ja Sand hin. Ach so, hier kommt auch Sand hin. Mist. Das ist Wolle. Wolle kommt da nicht hin. Das wäre komisch. Wo ist mein Sand? Hier ist mein Sand. Warum ist die Wolle da oben? Weg mit dir, Wolle. Und du auch. Weg da, du komisches Zeug. Feuerstein. Friedfeuerstein. Hier haben wir Sand. Hier haben wir Sand. So. Soll ein schöner Sandstrand werden. Dann muss da auch Sand hin. Huch. Ein Sand zu weit oben. Kann das sein, dass jetzt länger Tag ist? Haben die das gefixt? War da ein Problem am Start? Kann das sein? Dass es kein Wetter gab und dass jetzt plötzlich der Tag länger dauert? Das wäre natürlich sehr von Vorteil. So. Das sieht doch schon mal nach einem Sandstrand aus hier. Da kann man sogar einen schönen Laufsteg draus machen. Ein Designer-Sandstrand-Laufsteg sozusagen. Und man merkt es, es wird schon wieder dunkel. Ach ja, Minecraft und seine Dunkelheit. Da ist immer sehr schnell dunkel. Und wie es dann immer rapide dunkel wird. Unfassbar. Wobei, jetzt geht gerade die Sonne unter. Ach, schön. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang am Strand, den man sich zuerst mal bauen muss. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Strand muss man zum Teil sich schon mal erst erstellen. So, der Natur ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Hier können wir auch noch ein bisschen. Einen habe ich noch. Und das war es schon wieder. Tatsächlich. Schon wieder alles weg an Sand. Aber so langsam wird es. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und dann würde ich mir hier dieses Erdezeug da das Unregelmäßige noch rausholen. Komm, gib her. Plimp. Tut, geh weg. Du auch. So, wisst ihr was? Ich gehe rein schlafen. Dann ist gleich wieder morgens. Juhu. Mit der Schaufel in der Hand vollem. Ah, schön. So, einen wunderschönen guten Morgen. Hier. Soll ich das nicht lieber Kies machen? Ich glaube, ich mache das lieber Kies. Oder in der Mitte Kies aus dem Sand. oder so. Kann ich eigentlich tiefer gehen? Nee, das ist ja blöd, wenn ich dann hier so runter muss. Wie würde das denn aussehen, wenn ich jetzt hier, äh, wo ist der Kies? Hier, 64 Kies. Da schon wieder diese selten dämliche Blume. Weg mit dir. Aber die kommt jetzt eh wieder raus. Da plumpst sie schon wieder raus. Egal. Schmeiße ich dann nachher weg. So, wie wäre das, wenn ich das so mache? Ich würde dann ja natürlich, ähm, hier noch einen Holzsteg drauf machen für unseren Bootsteg. Den könnte ich eigentlich so lassen, den Sand. Dann hier auch noch. So. 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 Dann ist es, kommt es ein bisschen natürlich hier rüber. So, dann hätte ich quasi hier mit, mit Sand, äh, mit, mit Dingens, mit, ähm, nach, wie nennt es ich es? Mit Kies aufgefüllt. Und würde er nämlich dann hier mit Holz weitermachen. Schöne Holzbohlen. Nachdem ich hier überall die Löcher noch mit Sand gefüllt habe. So. Ja, und das, äh, lasse ich mal so vorerst. Ach ne, hier ist ja noch ein bisschen was zu füllen. Ein bisschen Sand brauche ich noch. Mann. Okay, jetzt muss ich ganz schnell das, äh, das will ich noch fertig machen hier. Ganz schnell hier noch zwei, drei Schaufeln Sand reinkippen. Ach, komm. Nehmen wir von hier. So. Sollte reichen. Und hier ist halt auch wieder so ein, so ein Loch hier, das ich nicht gut heißen kann. Huch. Aber ich werde noch genug, äh, Erde kriegen, wenn ich hier diesen Berg wegräumen muss. Also da, an Erde wird es mir da nicht mangeln. So, hier wollte ich noch das Loch zumachen. Na? So. Hier können wir noch ein bisschen, uch. Hier noch ein bisschen, so. Leicht einsanden noch. Hier. So. Gut. mal ein bisschen ernten. Bisschen den Rasen mähen. Muss auch mal sein. Wenn da schon keine Schafe am, am grasen sind, dann muss ich das halt machen. So. Ah, so sieht das gleich schon viel besser aus. Hier, dieses Zuggebuch hat er hier. Was sind wir denn? Huch, jetzt habe ich die Fackel begauen. Die wollte ich da schon stehen lassen, gern? Hier und da. So. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Ich glaube, das Zeug wächst eh wieder. So, habe ich das in Erinnerung. So. Wunderbar. Das wird dann also quasi mein Weg zum Strand. Was mache ich mit dem Schrott? Schmeiße ich ins Wasser. Hier. Tschüss. Kann ich das nicht? Ach so, mit Kuh. Wollte gerade mit G wegwerfen. So. Weg. Diese blöden Weizenkörner weg. Die Flinte, die packe ich mir mal in mein Was denn? Ich laufe auf die Laterne hoch. In mein hier rein. Und Was ist das? Kies. Habe ich hier noch Kies? Diorit? Ja. Da habe ich sogar noch Kies. Packe ich das mal dazu. Eisenerze. Noch mehr Kies. So. Das ist Andesit. Stein und glatter Stein. Polierter. Bla, bla, bla. Okay. Das hier ist weiße Wolle. Wunderbar. Wo hatten wir die Wolle? Hier war die drin, ne? Ja. So. Eisenerz. Packe ich auch mal hier in die Oder? Kann ich das hier gleich? Da komm, da. Schmeißen wir hier gleich rein. Dann wird es einverbrannt. So. Und wir würde ich sagen sehen uns dann morgen wieder wenn es wieder heißt Time to play hier bei Minecraft und ja bis dahin macht es mir gut. Tschüss. 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 Tschüss.